Was geht liebe Leute wir sind wieder zurück mit dem Video hier in Rocket League Ich habe ewig kein Rocket League mehr gespielt, es wird auch so an die 4-5 Jahre sein Und ich bin jetzt das erste Mal in Rocket League, ich habe noch kein einziges Mal wirklich hier irgendwie das Auto gefahren oder sonstiges Und hier ist direkt ein Turnier hier mit dem Icebook und das gewinnen wir natürlich jetzt direkt in meiner ersten Folge Das wäre natürlich nice, ich nehme mich auf den Weg mit wie wir das gewinnen und mal gucken ob ich überhaupt noch fahren kann Ich glaube nicht, ich hoffe meine Tastensteuerung und so, die ist noch genauso wie vorher Weil dann könnte das vielleicht sogar was geben Ja, ansonsten lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, schreibt mir in die Kommentare unbedingt was ihr für Videos sehen wollt Ich fange ja gerade erst wieder an und ja, ich berufe mich dann auf das worauf ihr Bock habt oder halt nicht Bock habt Gerne reinschreiben und wir sehen uns jetzt gleich in der Runde So und damit beginnt unser Spiel, ich bin natürlich direkt als erstes im Tor, easy peasy Wir gucken mal, wie das hier läuft, wie viel sich verändert hat Ich spiele auf jeden Fall erstmal hier zurückhaltend, damit wir gucken, was jetzt hier so abgeht Ah, komm, den hat man made, wunderbar Komm, dribbel den rein, ich warte auf der anderen Seite Ah, ich kriege den Ah, da kommt der Kugel Und ich habe ihn, ich habe ihn, komm, 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 komm Ah, schade Den mache ich kaputt Tor gehalten Scheiße Oh Oh, freies Tor, Junge, 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 Junge Der hatte einfach ein freies Tor Das gibt es nicht Wie mache ich denn Escape, um abzustimmen? Dann geben wir auf Und dann probieren wir uns mit der Second Chance So, angemeldet für die Second Chance beginnt in 6 Minuten So, und da sind wir jetzt in der nächsten Runde Oder immer noch in der ersten Runde, aber in der Second Chance Ich habe gerade eben an meinen Avatar geändert Ich habe jetzt ein Batman-Symbol Um meinen Rahmen, an meinen Avatar-Rahmen Und ich habe da jetzt EST 2017 stehen Um den Gegner ein bisschen Angst zu machen Und diesmal ist es ein bisschen besser Ich habe einen Season 15 Grand Champion in meinem Team Mal gucken, ob das diesmal ein bisschen besser ist Aber ich glaube, dieser SMJ war eben bei mir auch drin Nein Ah ja Tor Wunderbar Wunderbar Aber ich wollte den machen Kurz geärgert Kurz geärgert Egal Ich sehe mich schon im Finale Das war nichts Ich sehe mich schon im Finale Kein Finale mehr Komm Free Goal ist das Komm, den kriegen wir Den kriegen wir Den Das gibt es nicht Das ist die Kacke Wenn du keinen Runden Ball hast Jetzt im Bett 2-1 hinten Meine Güte Den hätte ich machen müssen Ich habe ihn schon gesehen, dass er drin ist Naja, so peinlich So peinlich Komm, den mache ich Scheiße Ich habe den extra abgelegt Für den anderen Der musste nur gerade ausfahren Und den reinschieben Ich habe nie dieses Eisding gespielt Ich spring da immer drunter oder drüber vorbei Aber das ist ja auch der Sinn dann an der Sache Dass du Dass du das dann ja nicht triffst Juuu, ich habe ein Tor gemacht Ich habe ein Tor gemacht Spyrotechnik Kein Verbrechen Ach man Wo seid ihr? Wo seid ihr? Keine Boost No Boost Aber ich haue jetzt noch eins Mit dem normalen Ball hinterher Weil das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen Das geht ja gar nicht So, und da sind wir jetzt drin Endlich in der richtigen Rocket League Runde mit Ball Und da werde ich euch jetzt zeigen Dass ich nichts verlernt habe In vier Jahren Nicht aktiv spielen Nein Drück ihn rüber Boah, das war aber gar nicht schlecht Habt ihr gesehen? Boah, das war richtig gut Das war richtig gut So, der spielt den Ball jetzt aber hier zu mir Finde ich tipptopp So, den machst du, den machst du Ich bin aber nicht da Aber der Gegner spielt den Zimmer rüber Kriegt er nicht Boah, war gar nicht schlecht Ich habe auch den zweiten Jump zu spät gemacht Der hat nicht mehr gefruchtet Noch, meine Güte Und ich spiele ihn auch genau auf Scheiße Ah, sorry Das war mein Fehler Das war mein Fehler Das sollte ich mit den Wänden noch nicht machen Da bin ich noch zu schlecht für Definitiv Was ist passiert? Nicht gefahren Oh Hat er einen Flip verkackt, wa? Das war knapp Der war knapp Ich sage jetzt hier, der geht rein Und da sind wir Back in the building Back in the building Komm, 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 komm Nochmal, nochmal, nochmal Gut, 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 gut Ich habe ihn zwar nicht weggeboost bekommen Weil er mich gesehen hat und rüber gesprungen ist Aber wir haben ihn, wir haben ihn 2-2 So läuft das ja Scheiße Scheiße Wir haben verloren Naja, was soll's Mal gewinnen wir, mal verliert man Ich hoffe, es hat euch das Video trotzdem gefallen Lasst ein Like, Kommentar da Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, ciao Ich hoffe, es hat euch gearbeitet Das Video´s